Wir machen jetzt eine komische Sache, auf den Klavierdecken. Jetzt spielen Sie mal den einfach und Sie hören alles hin. Jetzt, ja-ba-ba-ba-ba. Dann können Sie mal bis zu dem E auf dem Klavier. Wie hat Ihnen das gefallen? Ganz leicht, ganz leicht einschlagen. So und noch mehr, die spitzen Töne der fünfte Finger. Ja, immer wenn der fünfte kommt, dass man sehr gut greift. So, jetzt spielen wir das nur stumm, die Tasten. Ja, wie hat Ihnen die Oktave gefallen? Die Anatomie der Hand ist der fünfte, der ist weiter vorn. Und der Daumen ist weiter hier. Und wenn Sie so spielen, schauen Sie, dann ist hier fest. Ja? Wenn Sie so spielen, dann ist hier fest. Ja? Wenn Sie so spielen, dann ist das hier fest. Wenn Sie so spielen, dann ist das hier fest. Ja? Ja, besser. So, bitte noch mal nur stumm. Stumm, stumm,没声音. Ah, wie war das? Da, die, 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 die. Wie war das? Bam, bam, bam. Das ist auch nicht so. Das ist auch nicht so. Okay, und jetzt spielen. Gut, danke schön. Wie hat ihn das jetzt gefallen? Gut, danke schön. Gut, danke schön.